Hallo und Willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 1. Ja, diese kleine Szene hatten wir schon am Ende des letzten Videos. Ich kann aber halt immer nur dann Pause machen und Aufnahme beenden und neu starten, wenn das Spiel speichert. Deswegen immer wahrscheinlich jetzt diese kleine Wiederholung. So, wir haben das Walkie Talkie noch dabei und gehen jetzt mal der Clementine hinterher. Vorsichtig die Stufen runter. Ähm, ja. Tor aufmachen. Was ist das Problem? Ich muss bleiben? Was? Ich will nicht in der Treuhhaus heute Nacht schlafen, aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht in der Treuhhaus gehe. Ich sollte verlassen? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich kann mit dir bleiben, bis sie mich finden. Das ist eine gute Idee. Hey Mann! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Ja. Ich dachte für einen Moment, dass du und der kleine Junge uns beide den Schumpen geben würden. Hm, nein. Wir suchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Du willst raus raus? Weil du solltest. Diese Dinge sind überall auf dem verdammten Ort. Ich habe nichts gesehen, wie das Gebäude, seit dem in der Stadt in Atlanta, 15 Kilometer zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee, das ist Clementine. Ich bin Chet. Ich höre. Wir müssen hier nicht in die ÖBEN in dieser Tür sein. Wir müssen uns entfernen und erschossen damit gehen. Wir müssen uns hier aus und zurück und schnell kommen auch hier aus. Ich muss ihnen da安全 sein. Ich bin nicht ein Vater. Ich bin ein Vater. Ich... Ich bin ein Vater, aber ich bin ein Vater. Das ist nicht so schwierig! Eine Branche? Ihr Eltern ist ganz leer? Es war das nicht so hart! Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... The monster's coming. We've got to go. No, I love it too. Quick, quick. Let's go. Uh, she be. With Clementine so forget us. As babysitters go, I'd say her parents are you a tip. Oh, my God. Hey, Sean. I'm going to run on home. My mama's going to be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Jupp, gleichfalls. Chet. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lean, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Dein Junge ist ein Lebensrotter. Your boy's a life saver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's the babysitter. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You. Take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Uh, an autunfall. Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Aus Atlanta. I was getting out of Atlanta. The news has stayed. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Yeah, toll. We have already said. We. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm going off with my skosh. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. And we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem... Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got to reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Yeah, he had right. Your son's right. You're going to want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores, as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We got to do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Okay then. It smells like... Mist. Manure. Manure? Like when a horse plopst? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I love you, baby. 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 Hey, get up. What an itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? Hmm. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of the fence. There's a tractor and everything. I hate that he is kind. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Dodging or quacking? Quacking. Dad! See? Yeah, man merkt. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Hmm. Vielleicht mal prob. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. He did have fun cooked. You and your little girl here on the porch. We can visit. So, jetzt haben wir erst mal wieder ein bisschen Entscheidungsfreiheit, was wir machen wollen. Sprechen Sie mit jedem. Ja, darf ich mich nicht erst umgucken? Pfff. Ähm, ja, mit den zwei spreche ich am Ende. Hey da, äh, Kenny. Ähm, was hast du jetzt vor? So, what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Wir haben von Kennys Brot erfahren. Kann ich helfen? Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids your own? Nee. Nah, nah, no kids. Would have liked one then. You know. Pff. See you. Hm, hätte ich ihn über den Sohn fragen sollen? Ich weiß nicht. Ja, machen wir das noch. Hey there. Hey. How's your son doing? Good, I think. Katja's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But... We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna face us. See you. So, jetzt haben wir nämlich Interesse an seiner Familie gezeigt. Wer weiß, für was das noch gut ist. Seems like those two are getting alone. Das ist doch schön. Jetzt hört sich der ganz entspannt aus. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, uh, how's that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past three days. It's peaceful here, no? Um, das war's doch. So, uh, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Um, yeah, avant. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamber back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some just, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... I think the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Hmm, yeah. We're not. Achso, wenn ich nicht clique... Okay, wenn ich nicht auf eine Antwort klicke, ist es so, wie wenn man diese Pünktchen auswählt, der so gar keine Antwort gibt. Gut zu wissen. Und schauen wir doch mal, wie weit die mit ihrem Zaun sind. Gut zu wissen. Am besten noch irgendwie so Stacheldraht, wo sie dran hängen bleiben. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Kann ich helfen? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two byes to length, that's sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Verdumpt. Damn. No shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. My family's in Macon, yeah. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Okay. Have to do something. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, you might want some help in the barn. Okay. How did you get out of Atlanta? Uh, an auto. I got a ride, and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Hmm. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Huh. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up too? Yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Äh. Äh. No wife. No more. I think she's up in Virginia, then. I'm sorry to hear it. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Can I give you a piece of advice? Nein, danke. Na gut. Was gibt's? What is it? I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers, if you're gonna make him. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Oh, when I start checking the attitude, friend. Ah, yeah. Go! I'll get my gun! Okay, we have to decide who we want to help and... Na gut. He's a little child, so I'll help him. Ah, so what do I do? Dm1 down? Ah, that's worked great. And that's why I don't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Now go! Get this tractor off of me! Please, help me, please! Ah! 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 Schmutz! Entschuldigung. Entschuldigung? Dein Junge ist жив. Du musst nicht entschuldigen sein. Und du? Du hast sogar nicht versucht. Ich habe Angst vor dem Mann. Schau ihn an. Aber du hast nicht Angst vor dem. Bitte. Geh. Geh raus. Und komm zurück. Ja, das ist eine dieser fiesen Situationen. Wo man... ja... Was soll man sagen? Du hast diesen Fahrrad zu machen, wenn du es willst. Aber ich glaube wenige Leute sich dafür entscheiden, dem... ...den Typen zu helfen. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Tja, damit haben wir unsere erste Gruppe. Mit Kenny, Katja und Doug. Oh. Nein. Nicht friendly. Geh raus. Wir können nicht so riskieren. Und wir können nicht einfach die Leute sterben. Wenn ich sage, dass diese Tür öffnet ist, egal wie immer, dann meinst du das. Wir wissen nicht, wer diese Leute sind. Es könnte gefährlich sein. Wir sind okay. Wir sind gefährlich. Wir können nicht direkt die Leute auf uns gehen. Wir sind richtig. Wo ist deine Menschheit? Wir sind einfach nur Leute, aber wir eigentlich noch helfen. Sie müssen sie zu erklären. Sie müssen sie zu erzählen, oder jemanden wird. Das ist um ein Zuhause. Sie sehen, was ihr nicht? Was ist das? Ich... Ich muss schlafen. Ich gehe da wieder in einen Moment. Ich hoffe, du wirst. In einem Moment, Clem. Sie haben Kinder, Lilly. Die Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollten Sie dann mit ihnen sein. Dann haben Sie etwas in common. Gott sei Dank, Lilly! Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glenn einfach da sind. Ich schlafe nicht mehr. Wir sind in einer Kriegszone. Sie ist nicht falsch. Sie haben ein Risiko. Ja, wir haben. Und wir haben es verreicht. Lass uns schlafen. Holy shit. Sonne von einem B****. Ein von ihnen ist gebeten. Er wurde nicht gebeten. Er wurde nicht gebeten. Er wurde nicht gebeten. Wir müssen das jetzt enden. Über mein totes Körper. Wir werden einen Hall. Nein! Ich habe ihn gebeten. Es gibt keinen B****! Er ist gut! Sie sind nicht die Leute! Wir haben es schon gesehen. Wir haben es schon gesehen. Wir lassen jemanden mit einem B**** stehen. Und wir haben alle gebeten. Wir haben alle gebeten. Wir müssen ihn rausziehen. Oder schlafen ihn. Jenny! Stop ihn! Was machen wir mit diesem Mann? Dad. Es ist nur ein Kind. Es ist... Lilly? Ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich schlafen. Du musst ihn schlafen. Du musst ihn schlafen. Das ist das, was ich glaube. Jeder, schlafen die B**** aus! Das ist niemanden. Shut auf, Lilly. Und du? Shut die B**** up. Sie werden uns finden. Und sie werden in uns in uns. Und nichts von uns verletzt wird. Und nichts von uns verletzt wird. Aber jetzt sind wir in uns verletzt. Wir werden uns hier mit einer solchen Sachen. Was du mit dem? Er ist Bitten! Das ist wie du schlafen! Er ist nicht Bitten! Bitte stop das! Es ist ihn schlafen. Oh, ich bin schlafen. Er ist ein Schlafen. Er ist ein Schlafen. Du bist nicht so... Du bist so... Es ist Larry, richtig? Mann, das ist er ihr. Es ist ihm. Schau mal, dummasses. Ich habe eine Frau hier. Ich habe eine Frau hier. Du hast eine Frau in hier. Du hast dich auf deine Frau. Wir haben alle Leute hier. Wir können alles herausfinden, wir können das ohne jemanden tun. Das ist ein anderes Weg. Ja, mit einem Schlafen. Ich werde ihn töten, Kat. Ich werde ihn überraschieren. Lee! Ja? Es ist jemand da. Es ist gerade geschlossen. Die Tür ist hinter dem Kounter. Wahrscheinlich. Hey, ich bin nicht der Schleuchte hier. Ich bin nur für meine Frau. Nein, du bist nur der Mann für die Schleuchte. Er ist in der Schleuchte. Sie finden die Bite. Sie werden nicht. Und wenn sie das... Die Antworten auf Deutsch sind irgendwie komisch. Nein. Nein, tun wir nicht. Touch that poor. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect it here too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on! You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here! Oh, oh. Gut, ich wusste, dass es passiert. Jesus! Komm, es ist Zeit! Ich muss mich immer zusammenreißen, nicht schon irgendwelche Sachen zu sagen, die das verraten, dass jetzt was Schlimmes geschieht. Ach so. Ähm. Blick. Geh weg von ihr, du Scheiße, meine Bitter! Äh, cool. Ah. Diese Tasten drücken. Ich tue es. Danke. Ich bin nicht bereit zu klicken und dann muss ich auf einmal die Tasten drücken. Das ist geil. Das ist großartig, danke. Jo, alles super. Ah, Leute? Everybody down! Stay quiet! They're gonna get in! Shut the fuck up! Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a richie trigger finger. That was stupid. That was... Dad! Ah! Tö. Das kommt davon. Er war eher derjenige in der gewissen Wunde. Was he the one bitten? No. Don't be crazy. It's his heart. My pills. Ich musste das einfach sagen. My pills? Yes. We're out. We've been trying to get into the pharmacy, since we got here. Please try to get in there. Behind the counter, where the pills are. Okay. Wir schaffen das irgendwie. We'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore is in a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible, so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel, not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Hm. Can switch that good? You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Alles klar. Jeder hat seine Aufgabe und damit geht's beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.